Hey Leute, das ist ganz höherem Willkommen bei WTN Germany. David Harbour verrät, so begann Liebesgeschichte mit Lilly. So schön kann Liebe sein. Derzeit spielt David Harbour, 47, in der äußerst erfolgreichen Serie Stranger Things die Rolle des Jim Harper. Vier Staffeln gibt es von dem Netflix-Hit bereits. Und auch privat könnte es für den 47-Jährigen nicht besser laufen, 2020 gaben er und die Sängerin Lilly Allen, 37, sich das Ja-Wort. Doch wie begann die romantische Liebesgeschichte des heutigen Traumpaares? Im Interview mit GQ Hype sprach der Schauspieler über den Anfang seiner Romanze mit der Musikerin. Die beiden haben sich auf der Promedating App Raya kennengelernt. Ich fing an, mit ihr zu simsen, sie war zu der Zeit in Italien. Wir kamen zusammen, hatten ein Date und es war, du weißt schon, sie ist wirklich unglaublich, beschrieb er ihr erstes Treffen. Lilly habe sich direkt beim ersten Treffen in ihn verliebt, erklärte er. Ich meine, wer würde das nicht tun, fügte der US-Amerikaner lachend hinzu. Bei David hingegen brauchte es noch zwei weitere Treffen, ehe es ihn vollends erwischt hatte. Ich erinnere mich genau an den Moment. Es war unser drittes Date, begann er zu erzählen. Ich war gerade in dieser Phase, in der ich dachte, ich werde einfach brutal ehrlich sein, denn warum lügen? Und ich erzählte ihr etwas über mein Leben, über meine Überzeugungen. Danach war es um ihn geschehen, man muss schon ein wirklich außergewöhnlicher Mensch sein, um die Dinge, die ich sagte, zu akzeptieren. Hey guys, this is Gansham, welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon, and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video, thank you.